Lieber Herr Dr. Hofstin, Sie sind seit 2018 CEO der Bundesdrückerei und auf der Homepage wird beschrieben, dass sich Ihre Experten mit der Herausforderung der digitalen Wandels für Ministerien und Behörden beschäftigen. Was genau bedeutet das eigentlich? Wir als Sicherheitsunternehmen des Bundes unterstützen ganz stark die Ministerien und die verschiedenen Behörden und da gibt es eine Menge Herausforderungen, zum einen um die internen Prozesse mehr zu digitalisieren und damit effizienter zu gestalten, aber auf der anderen Seite haben wir auch ein ganz großes Augenmerk darauf, den Bürgern am Ende einen besseren Service anzubieten und ganz konkret können das dann sehr unterschiedliche Dinge sein von einem digitalen Workflow, den man auf ein Self-Service-Terminal bringt, damit, wenn man schon in die Behörde muss, das dort selbstbestimmt und alleine und schnell machen kann oder auch natürlich ein ganz großes Thema ist der Online-Zugang. Bis 2022 sollen ungefähr 600 Verwaltungsdienstleistungen online zugänglich sein und da ist natürlich eine Menge Arbeit zu tun, damit der Bürger dann die Dinge am besten gleich von zu Hause aus erledigen kann. Das klingt auf jeden Fall nach einer bequemeren Zukunft für alle Bürger. Dann ist natürlich auch eine der Techniken die Biometrie, die ein großes Thema spielt und da ist meine Frage jetzt, wie groß denn da so die Nachfrage im Allgemeinen ist für dieses Sicherheitssystem im Speziellen und wo noch Misstrauen und Skepsis herrscht. Also was wird da noch getan und wie sieht es momentan aus? Ja, wir selber beschäftigen uns mit Biometrie schon sehr, sehr lange, weil das natürlich zu dem traditionellen Passausweiswesen, mit dem wir viel zu tun haben, natürlich dazugehört. Also Passbilder, Fingerabdrücke sind da ein fester Bestandteil und lange Zeit war da ja sehr große Skepsis, sehr große Vorbehalte. Seitdem das Thema aber auf den Mobiltelefonen so groß Einzug gehalten hat, sehe ich persönlich, dass diese Skepsis deutlich zurückgeht und ich glaube gerade im Sinne von Zwei-Faktor-Authentisierung werden wir da noch sehr viel sehen in den nächsten Jahren. Da wird noch sehr viel mehr kommen, von daher ist die Nachfrage ziemlich groß. Skepsis aktuell gibt es natürlich immer noch an den Stellen, wo es möglicherweise um Datenverlust geht oder auch wo Big Brother-Szenarien ins Spiel kommen. Also die Sorge oder die Angst, dass mit Hilfe von biometrischen Daten man ununterbrochen überwacht wird. Da sind die Bürger natürlich zu Recht skeptisch und vorsichtig. Als letzte Frage noch das Thema Nachhaltigkeit. Und zwar hat sich die Bundesdrückerei das Ziel gesetzt oder auch die Prinzipien gesetzt, nachhaltig und vorausschauend zu wirtschaften. Was genau können wir uns darunter vorstellen? Ja, wir fühlen uns nicht nur unserem Eigentümer, dem Bund verantwortlich, sondern natürlich auch der Wirtschaft und den Bürgern, der Gesellschaft in Summe. Und am Ende fängt nachhaltiges Unternehmertum damit an, dass wir sicherstellen wollen, dass sich das Unternehmen nachhaltig und auch wirtschaftlich gut entwickelt. Das ist auf der einen Seite wichtig für unsere Kunden, damit wir ihnen nachhaltig als Partner zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite auch wichtig für unsere Mitarbeiter, weil wir auf diese Art und Weise langfristig sichere Arbeitsplätze anbieten können und hoffentlich auch ein gutes Arbeitsumfeld. Stichwort Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also das ist der ganze Themenaspekt um die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Auf der anderen Seite sind wir natürlich nicht nur IT-Unternehmen, sondern auch produzierendes Unternehmen. Von daher spielt natürlich für uns auch die Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne eine Rolle. Und wir beschäftigen uns natürlich damit, wie auch unsere Produktion effizienter werden kann und mit weniger Ressourceneinsatz wir am Ende das Gleiche erreichen können. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank.